Oh mein, so viel Black Slime. Oh, das sieht einfach so aus wie viel, denn es ist lebendig. Die Köln, es fließt aufwärts. Wenn du da ein großes grünes Eingang siehst, schau es mit etwas. Kein grünes Eingang, Ray. Vielleicht ist es schon da oben. Das klingt nicht gut. Ist es mein Geil? Ich will nicht nach vorne gehen. Hallo, Herr Präsident. Bereit zu bekommen, was hier kommt? Ja, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Geister funktionierte. Wie gibt es denn mit in deren Loch? Oi! Die Köln sind als eine Klass-1-Felon. Und wir tolerieren es nicht in unserer Jurisdiktion. Das war jetzt cool. Und gruselig. Und cool. Das Auge vielleicht, ne? Was ist der denn? Der ist so groß. Ah, da. Die Köln haben wir sicher, ob ich noch mal scannen sollte. Äh. Ah, ja. Die neuen Viecher. Die neuen Viecher. Ah, gut. Dann mache ich mal die Portale dicht. Aber heute würde ich die Portale... Autsch. Die kommen halt wieder. Das weiß ich halt noch. Dieser Boss war auch relativ eklig. Da. Da. Okay. Ja. Gut. Ups. Na, mein Leben. Genau. Ihr müsst halt auf das Auge ziehen. Und immer mal wieder gucken, ob die Portale halt sich hier öffnen. Ja. Dann hier veröffnet sich immer dort, wo er gerade in der Nähe ist. Ja. Gut. Autsch. Ja, ja, ja. Ich bin schon dabei. Also das ist eigentlich der ganze... Das ist eigentlich der ganze Zauber hier. Aber eklig ist es auf jeden Fall. Ja. Super. Ich kann das nämlich auch total. Gut. Wo ist die Schwabbelbacke? Da. Okay. Das ist ein Angriff, der sich in hat. Das in sich hat. Ja. Ich dachte mal, dass wir das vollkriegen. Das steht mit vollem... Das steht mit vollem Licht. Ah, da. Ja, treff ihn. Ich glaube, ich war nicht gut getroffen. So. Portal ist es nicht. Das... Oh, das... Das ist ein großes Licht. Das wir heute sind. Was haben wir gezählt? Ja, haben wir gezählt. Ja, gut. Für die Breitseite. Das tat auch Not. Äh... Nee, immer noch nicht. Sprich. Immer noch nicht dicht. So. Jetzt vielleicht mal wieder. Da. Kommt der Dicke jetzt wieder? Da. Aua. Verdammt. Der Kampf ist doch anstrengender, als ich in Erinnerung habe. Sie haben mich. 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 wieder wieder lüften totaler sich und da kommt er wieder kamente noch mal da kam es ganz streng okay ich glaube aber gleich schon mal draufholzen da direkt wieder zu sehr schön aber geht jetzt was drauf kommt da die schweiz schleimviecher sind echt nicht ohne ja dann steh mir nicht im weg rum mensch doch wo ist sie wo schwabbel da manche jungs ich habe mich dann auf den angreifen ja das ist ja das kampf sehr spannend es ist ja nicht aber naja müssen wir ich kann es nicht wagen dass die portale offen bleiben das muss auch nicht sein sie haben hat der steht direkt einer vor ihm der hilft ihm nicht auf oh mein gott so portal nicht portal sie das portal haben wir jetzt auch dicht und das machen wir jetzt auch sehr gut letztendlich mal weiter mit rosen draufhauen wer vielleicht vielleicht besser ja sollte ich vielleicht weiterhin so machen kann ich überhaupt nicht wirklich dann mache ich einfach weiter gesagt ich mache heute die portale zu der ganze postkarte ist halt mehr zeitintensiv als alles andere ich glaube jetzt kommen auch wirklich nur noch die avatare jetzt kommen noch die starke avatare aus dem portal und weniger diese aber doch die klang kommen immer noch sehr schön aber später kommen noch die avatare aus dem ist ja so bekommt er jetzt her langsam merkt sich das ouch das ouch genau das eichhörnchen das sind über den gepaart da steht schon mal fest weil ich nicht mit dem bosskampf nein das macht man das macht man nicht so auf und zu sehr schön ich zerstöne da hat sagt wo gemacht so sehr gut also dazu da kommt noch die schon jungs na also so wo kommt denn jetzt ich habe schon mehr als die hälfte ist ja schon mal etwas so wo steht da wo liegt da ich kommt schon jungs wenn geht direkt nebeneinander steht da können doch auch helfen ja schon echt liebenswürzig ja das ist ja schon gleich wieder zu und okay jetzt haben wir auch noch die schwarzen schneiden geister so das problem mit denen die müssen wir erstmal vollschleimt bevor wir die enthalten können oder ich glaube ich glaube man kann sie doch sagen oder einfach vollschleimt bevor wir jetzt vollschleimt und dann können sie einfach genau so war das die wir können die einfach mit schwarzen schein neutralisiert sehr schön äh mit beiden schleimt da okay ja ja aber langsam langsam wird's was uiuiui scheiße danke haha okay die attacke war mir komplett neu so kommen wir vielleicht nie ne 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 freundlich du machst dich rum können wir bitte eine wenn ich hier auch noch die longs wieder aufhelfen läuft doch bisher ganz okay also es dauert zwar aber es wird so ich hatte mal kann ich nicht überhaupt so normal kann also ich glaube ich bin erst haben die fleimert sich seinen pkw mit einem personenfall so eine person wenn die jahr kommt wenn sie alle machen mag ich auch mal ein bisschen mehr ah ja das ist auch ein bisschen schwarz zu schreiben durch das war klar da ist auch nur noch nur einer ouch danke ich hoffe mal jetzt hoffen ach komm schon jungs machte platz ja gut da ist aber da ist die schlubbelbacke empfehle ich wieder aufpassen ja genau deswegen genau deswegen wieder am boden steckt denn mitten in der feuersäule da kann ich natürlich karten wie ich mache ray ray da oh gott an die das wieder geist gewesen so machen wir das wieder fortale zu mein gott der kampf ist anstrengend das war das jetzt ja klar wo stehen wir denn da ich dachte wir liegen oh boi oh boi oh boi jetzt haben wir vier von denen nöööö helft ihm mal bitte auf danke ey das ist doch so geil weil da ist immer noch ein portal aus halt und da können sie immer wieder rauskommen so er wurde schon mal zu jetzt auf konzentrieren äh 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 alter äh ich lasse euch erstmal seitdem bleiben so sind wir ein bisschen zertrierter das heißt also ganz gut wiegeln 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 da wiegeln und da unten ist die schlacht peter jetzt ist peter da und da da ist peter es ist gerade echt freundlich wiegeln wieder mein jungs auf zu beinen zu helfen weil sie die effektiven kampf zu führen bei bieter so manchmal wo steckt er denn da so sind sie bald alle wieder mal weinen so gut der schon mal weg äh peter wo ist er da da ich wünsche mal die wünschen bis jetzt ist die ganze anstellen aber manchmal das gefühl die sind die stellen sich extra dumm wissen dass ich meine kommt manchmal irgendwie so oben vor der wäre schon okay wo stecken wie da leider sogar fast eine füße sind beide fast wie sie da sehr gut wo ist er wieder so vielleicht jetzt und helfen wir da jetzt geht doch sehr schön okay wo kommt er jetzt da ist er so jetzt gleich haben wir ihn gleich haben wir ihn gleich haben wir ihn es ist nur noch der eine balken noch nur und schon ach come on der hätte es weg sein müssen wow 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 ne 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 oh nö oh nö das ist aber echt doof okay das war nicht nur ist alles nicht viel geistert das ist äh das geht noch so fahrt auch zu einer portal anstrengend der als erwartet ich glaube ich kann bald doch ein paar zeiten fahrt machen wahrscheinlich werden zwischen so entschieden haben wir werden ja sehen wie es sein wird aber bisher könnte genauso gut sein dass ich sage wir werden hier wir haben extra wir haben extra part ist hier bisher wäre es glaube ich legitim da so jetzt aber bitte ja also geht doch und das ist das auge menschen skinners hm und schon wieder irgendwas deaktiviert die scheint geistert rüber fraudulente gangsters forever when i had the chance you know what i'm going to put an end to this madness now right now i'm shutting down your containment grid for good you can kiss off a permanent license not to mention any chance for more government contracts you did this to me and you're going to pay you're welcome you pack alright that's it that's it you're done smart guys you are done smart cool guys i have the authority and i'm shutting you and your phony containment grid down now the whole city will have to pay because of your shenanigans the whole city what but that shuts you down too well so be it i have bigger fish to fry and get them off me i think we need to keep an eye on him you think no i mean we really need to keep an eye on him interesting you're real heroes kind of routine as usual i let the charge mmhm and i won't be coming in on monday ja katastrophic exodus of the city does not count as a floating holiday i know i looked it up okay so so dann würde ich sagen da haben wir das mit der grauen lady hallo da wo da steckt gut da haben wir und da hängen die ganzen gewälde sehr schön gut dann würde ich sagen liebe leute im nächsten part mal sehen was wir zu tun haben jetzt wo es uns eigentlich gegen mich gar nicht mehr gibt und ich würde sagen ich würde einen schönen tag einen schönen abend eine schöne nacht wir sind das nächste mal wenn ihr wollt aber dann Professor möger sie du wer du